Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Michael von Zoobesuche.org und diesmal haben wir einen Rundgang von euch gebracht für den Zoo am Meer im Bremerhaven. Es ist ein wirklich schöner kleiner Zoo mit schönen kleinen Ecken, viele tolle Tiere, die man sehen kann. Man kommt relativ schnell durch, aber es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Wenn ihr da seid, geht hin. Der Zoo ist es auf jeden Fall wert. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Die gibt es übrigens jeden Freitag. Viel Spaß und bis nächste Woche. Musik Musik